Ja, da hängt ein Krokodil von der Kirchendecke. Seit dem 16. Jahrhundert schmückt das ausgestopfte Reptil eine Kapelle in Ponte Nossa im Norden Italiens. Es ist damit eines der ältesten Tierpräparate der Welt. Um seine Geschichte ranken sich mehrere Legenden. Zeitweise war die Echse verschwunden, bis sie im 18. Jahrhundert auf einem Dachboden wiederentdeckt wurde. Dann kehrte sie in die Kirche zurück. Jetzt wurde die Reliquie abgenommen. Ab Februar soll sie in einer Ausstellung gezeigt werden. Vorher wird sie aber von Experten genau untersucht. Im Klinikum von Bergamo muss das ausgestopfte Reptil zum Röntgen. Im Inneren des Tieres entdecken die Forscher ein Gerüst aus Gips, Holz, Eisenkugeln und zahlreichen Nägeln. Über das künstliche Skelett wurde dann die Haut des Krokodils gezogen. Lediglich der Kopf ist noch echt. Hier fanden die Experten echte Schädel und Kieferknochen. Außerdem sind fast alle Zähne erhalten. Ab dem 9. Februar können Besucher das Reptil dann wieder bestaunen. Aus Вторung Fernse 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 Untertitelung des ZDF, 2020